Wenn ich nach Krummau komme, nach Czeski-Krummlu, betrete ich eine Welt der Märchen, Sagen und Lüben. Eine Welt der Geister, Feen und Arten. Ich steige ein in eine Zeitkanzel des Mittelalters mit Ritter, Edelleuten und Reliquien. Kommt mit in die Anderswelt von Czeski-Krummlu an der Moltau. Ich steige ein in eine Zeitkanzel. 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 Nun gilt es wieder, aus dem Reich der Fantasie zu erwachen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Über ein Abo würde ich mich freuen. Herzlichst, Didi Holzinger. Ich steige ein in eine Zeitkanzel. Ich steige ein in eine Zeitkanzel. Ich steige ein in eine Zeitkanzel. Ich steige ein in eine Zeitkanzel.